Hier ist sie immer, Jérôme Castell, heute bei uns auf dem Berliner Platz. Grüß Sie. Hallo. Da sage noch einer, Berlin hätte nichts zu bieten, hat doch eine ganze Menge zu bieten. So was sieht man vermutlich wirklich in keiner anderen Stadt, in der Schönheit. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, Jérôme Castell. Also, jetzt können wir gerade mal loslegen und uns fragen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020